Hallo ihr Lieben, dies wird nur ein ganz kurzes Infovideo für euch und zwar, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe und auch bei den Leuten möchte ich mich entschuldigen, die bei dem Adventskalender-Gewinnspiel gewonnen haben und noch nichts bekommen haben. Das wird leider auch noch ein bisschen dauern, Erklärung folgt gleich. Und der 24. Dezember, den habe ich tatsächlich noch nicht ausgelost und auch das muss leider noch ein bisschen warten. Und zwar hatte ich im Dezember schon erzählt, dass ich eine Sehnscheinentzündung habe und die ist leider immer noch nicht besser geworden. Ich bin durchgehend krankgeschrieben gewesen und durfte oder darf immer noch meine Arme nicht bewegen. Deswegen kann ich weder Bücher hochhalten noch irgendwas verpacken oder irgendwas machen. Also es ist wirklich schon teilweise richtig, ich fühle mich wie ein kleines Kind, sage ich mal, weil, ich sage mal, mein Freund schneidet mir mein Fleisch klein oder so, damit ich essen kann. Das ist wirklich nicht mehr schön. Ich hoffe, dass es bald endlich wieder funktioniert. Also ich habe eine Spritze bekommen, damit ich nicht mehr so viele Schmerzen habe. Ich habe Schmerztabletten bekommen. Ich benutze ja so Verbände, die so ein bisschen stärken, also Zinkleimverbände heißen die, glaube ich. Und ja, ich habe halt schon viele Zuschriften von euch bekommen, weil ihr, besonders die Leute, die natürlich was gewonnen haben, weil die noch nichts erhalten haben. Ich habe die Zuschriften gesehen, gelesen, weil die immer auf meinem Handy so aufploppen. Allerdings mit dem Zurückschreiben ist leider auch nicht so und ich möchte meinen Freund jetzt auch nicht überstrapazieren, weil der macht wirklich schon sehr, sehr viel in der Zeit für mich, weil ich wirklich nichts machen kann. Selbst das Zähneputzen morgens fällt mir schwer, also das ist echt nicht mehr schön. Und ich bin auf jeden Fall jetzt noch bis Ende des Monats auf jeden Fall noch krankgeschrieben und hoffe, dass es auf jeden Fall bis dahin besser ist, weil das Zuhause rumsitzen und nichts tun, das nervt. Also ich meine, sonst freue ich mich ja immer über Urlaub oder so, aber ja, in Anführungszeichen in einem Urlaub, wo man nichts machen kann, weil ja, beide Arme nicht funktionieren, ist auch nicht schön. Also ich werde mich so schnell es geht, ich werde mich sofort melden, wenn die Pakete raus sind. Also teilweise hatte ich sie ja im Dezember weggeschickt, aber teilweise eben noch nicht, weil ich nicht dazu kam, alles wegzuschicken und es tut mir wirklich leid. Also bitte habt noch ein bisschen Geduld, auch der 24. Dezember, der wird selbstverständlich noch ausgelost. Die Leute, die noch nicht mitgemacht haben, können von mir aus gerne noch teilnehmen und ihre Kommentare drunter setzen, bis ich dann das Auslosungsvideo mache, bis ich wieder Zettelchen schreiben kann. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit mir und hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.